Als nächstes gehen wir über zu unserer nächsten Einstiegsfrage. Es geht ums Geld und um das Thema Baupreisindex. Und da können Sie wieder abstimmen. Wie viel, meinen Sie, stieg der Baupreisindex Baden-Württemberg in den letzten zwölf Monaten? Das ist wieder eine Multiple-Choice-Frage. Und Sie können Ihre Auswahl treffen. Und das Ganze hat natürlich auch wieder indirekt ein bisschen was mit dem nächsten Vortrag zu tun. Auch da wird es wieder um das Thema kostenbewusstes Bauen und vor allem Sanieren gehen. Und ich weiß, dass unser Referent sich auch sehr für diesen Aspekt beim Bauen interessiert und gerade den Kostenindex sehr genau beobachtet hat. Ja, die Zahlen springen noch ein bisschen. Momentan ist die 20-Prozent-Rate vorne dran, aber die 15 holt noch auf. Wir lassen es mal noch ganz kurz laufen. Und ja, es ist natürlich ein Thema, was uns alle in der Bauwelt sehr beschäftigt. Die stark steigenden Preise, wie man damit umgeht. Es gibt immer wieder Ansagen, dass es ab dem zweiten Quartal wieder etwas entspannender werden könnte. Zumindest was das Thema Materialpreise betrifft. Aber jetzt schauen wir mal, wo wir hier landen und wo wir tatsächlich landen. So, Ergebnis ist aufgelöst. Die meisten haben gemeint, 20 Prozent. Das ist auch das, was ich subjektiv wahrnehme. Viele denken, dass es höhere Preissteigerungen gegeben hat, als es statistisch ausgewertet tatsächlich gibt. Also das sind die Daten vom Statistischen Landesamt und die sind eher bei 15 Prozent gelandet. Gut, ja, ich habe es bereits gesagt gerade, wir greifen immer wieder auf die Auswahl und bei der Auswahl auf Ihre Vorschläge zum Herbstforum zurück. Und genau das haben wir bei unserem nächsten Referenten auch getan. Wir bekommen immer wieder im Feedback die Rückmeldung, ja, zeigt doch mal so ein bisschen alltäglichere Projektbeispiele bauen, wie es bei uns in Baden-Württemberg geschieht und diesen Hinweis haben wir aufgenommen. Und regionale Projekte und regionale Ware sind meistens eine gute Wahl. Und ja, da haben wir uns für gelungene Bestandsanierung aus Baden-Württemberg entschieden, haben dazu einen Planer eingeladen, der auch schon beim Effizienzwettbewerb des Landes mehrere Preise abgeräumt hat, auffällig viele Preise abgeräumt hat. Und wie Sie wissen, geht es da immer um effiziente, energieeffiziente Gebäude, architektonische ansprechend und auch noch kostengünstig. Und das kriegt er ziemlich gut hin. Er hat ursprünglich in Karlsruhe Architektur studiert, hat dann noch einen Wirtschaftsingenieur in Biberach draufgesetzt und ist zertifizierter Passivhausplaner und auch im erweiterten Vorstand von Pro Passivhaus tätig. In seinem Büro legt er viel Wert auf Individualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Und wir sind gespannt auf das Beste aus 30 Jahren Büroerfahrung bei der Sanierung unter der Überschrift einfach, kosteneffizient und klimafreundlich. Herzlich willkommen beim Herbstforum, Guido Schuler. Also mich hat es jetzt ein bisschen überrascht, ich habe eine andere Wahrnehmung, was die Baupreissteigerung angeht, aber vielleicht kommen wir am Schluss nochmal drauf zurück, weil ich habe nur 25 Minuten, ich hatte ursprünglich mehr Projekte, wir haben das ja eingedampft, jetzt sind es noch 2,5 Projekte und darum würde ich jetzt so starten. Schießen Sie los, wir schauen, was über den Chat zurückkommt. Das erste Projekt ist das Wohnhaus Schmiede, ein Mauerwerksbau aus den 70er Jahren, das Haus hat keinen Keller, es wird durch Nachtspeicheröfen beheizt, ist praktisch noch im Originalzustand, kann man sagen, ein Haus, wie es eigentlich Tausende gibt, draußen im Land. In den letzten Jahren hat es sich dann ein gewisser Salierungsstau ergeben, das kam einfach daher, dass es unklar war, wie es weitergehen soll mit dem Bauwerk. Der Sohn hat sich dann entschlossen, das Haus zu übernehmen, damit stand dann auch das Programm fest, also im Erdgeschoss sollte eine altersgerechte Wohnung für die Eltern entstehen und der Sohn wollte dann das Obergeschoss nutzen und das bis dato noch nicht ausgebaute Dachgeschoss. Hier sehen wir das Erdgeschoss, die oberen Geschosse wurden bislang durch eine zentrale Treppe erschlossen, das war in der Form für uns nicht brauchbar. Wir mussten ein neues Treppenhaus haben, wir mussten einen Technikraum haben, damit die beiden Wohneinheiten wirklich unabhängig voneinander sind. Das Problem war nur, wir hatten keinen Platz, keinen Raum, es gab keinen Keller, wir haben dann eine Art Technik Treppenhaus kreiert. Das ist das Obergeschoss, man kommt also zur Treppe hoch, wir haben eine neue Küche gebaut, in gelb ist der Abbruch gekennzeichnet, und haben alles ein bisschen offener, variabler gemacht. Über die vorhandene Treppe geht es dann ins Dachgeschoss, da war das Problem, dass wir keinen Kniestock hatten, ein recht flach geneigtes Dach um die 30 Grad, und wir wollten ohne Dachaufbauten auskommen. Wir haben dann eine Art Kern definiert, also aus dem bestehenden Treppenhaus, eine Nasszelle dazu gemacht, und eine Schrankzone ausgebildet und einfach den ganzen Raum drumherum für sich melken lassen, das hat jetzt so eine Art Loftcharakter da oben drin. So sieht das Haus jetzt heute aus. Zur Konstruktion, wir haben ein ganz normales Wärmedämmverbundsystem verwendet, mit 24 Zentimeter. Besonderheit war in diesem Fall, dass wir innen schon eine 4 Zentimeter starke Innendämmung hatten, die stammte schon aus der Bauzeit, hatte der Vater unseres Bauherrn damals schon vorgesehen, war sehr praktisch, war für uns eine Elektroinstallationsebene, wunderbar, und die luftdichte Ebene haben wir dann nicht wie üblich auf die Innenseite gelegt, den Innenputz, sondern wir haben den alten Außenputz verwendet, haben den stellenweise ertüchtigt und das hat auch sehr gut geklappt. Das Dach haben wir einfach die vorhandenen Sparren ausgedämmt, mit Mineralfaser und noch eine 16 Zentimeter starke Holzweichfaserplatte obendrauf gelegt. Hier sieht man unseren Technikbereich, das Technikkonzept, ist auch das Standardkochrezept, also eine Wärmepumpe mit einer Flächenheizung und eine Lüftungsanlage mit Wärmegewinnung. Hier realisiert als Wärmepumpen-Kompaktgerät. Hier sieht man das Herz unserer Sanierung, unser neues Techniktreppenhaus. Man geht also die Treppe hoch, am besten hier im Querschnitt zu sehen und dann steht man auf dem Zwischenpodest und kann dann auch direkt an die Maschine ran. Der Rest des Technikraums entwickelt sich dann nach oben. Unter der Treppe sind die Wasseruhren und noch etwas Stauraum. Da muss man ein bisschen sportlich sein, aber da muss man auch nur zweimal im Jahr ran. Der Elektroverteilerkasten ist dann jetzt hier nicht zu sehen, der ist gegenüber der Treppe. Hier sieht man jetzt, übereinander gestapelt, unseren Technikraum, die Heizungsverteilung, Außen- und Fortluft, eine Wärmepumpe und die Lüftungsverteilung. Nebendran rechts, da ist das Bild, so sieht es jetzt final im Endzustand aus, oben haben wir das Ganze mit Platten verkleidet und unten einfach einen Vorhang hingemacht. Und zu Wartungszwecken muss man jetzt einfach nur den Vorhang wegziehen und dann ist gut, ist man direkt an der Maschine dran und ein Besen und ein Stoffsauger und so Zeug passt da auch noch rein. Technik, wenn man grundlegend an ein Gebäude rangeht, sollte man auch immer gleich die Technik anfassen. Also wir haben eine komplett neue Elektroinstallation, die Trinkwasserrohre haben wir erneuert, die Lüftungsrohre sind sowieso neu. Eine Besonderheit vielleicht noch im Dachgeschoss, da haben wir keine Fußbodenheizung verwendet, sondern wir haben den vorhandenen Estrich genommen, Aufbauhöhe hat man eh keine zu verschenken. Wir haben dann eine Wandflächenheizung genommen, da wir die Giebelbereiche sowieso nicht vernünftig möblieren konnten. Und dann sieht man auf dem Bild hier noch, der rote Bereich hier, das sind die Zuluftleitungen, die steigen also durch unseren Kern nach oben unter den First, dann läuft das Ganze in der Dämmebene nach unten, rein in den Kniestockbereich und von dort aus wird dann die Zuluft in den Dachraum eingeblasen, beziehungsweise durch die Decke durch in das Obergeschoss. Bewohner ist immer ein Thema. Wir versuchen in einer Art Intensivbauphase die Bewohner zu evakuieren, sodass wir schalten und walten können, wie wir wollen und uns nur aufs Bauen konzentrieren müssen. Ansonsten verliert man sehr viel Geld und Nerven. Es gibt viel Staub und Ärger, wenn das Gebäude bewohnt wird, oder zumindest während der ganzen Zeit bewohnt wird. Nutschieren, Balkone haben wir sehr häufig bei Gebäuden aus der Zeit. Sägen wir ab und schlagen den Raum dann einfach der Wohnfläche zu. Hier als Beispiel mal die Fenstersituation. Vor ein paar Jahren noch haben wir die Fenster immer in die Dämmebene eingebaut. Machen wir jetzt bei Sanierungen nicht mehr. Wir bauen sie wieder in die Laibung ein, aber wir lassen sie in die Dämmebene reinragen. Also gerade drei Zentimeter oder so, damit das Fenster stehen bleibt, ist es dann innen drin. Macht es einfacher wegen der Toleranzen und ist auch deutlich preisgünstiger nochmal. Was die Wärmebrücken angeht, sind die Werte trotzdem sehr anständig oder nahezu gleichwertig mit der Konstruktion in der Dämmebene. Eine Wärmebrückenbetrachtung, eine individuelle, ist sowieso notwendig bei eigentlich allen ambitionierten oder Voraussetzungen für ambitionierte Effizienzhausstandards. Hier ist dann das Ergebnis unserer Bemühungen. Ein Endenergiebedarf von 12 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr im Energieausweis. Das ist jetzt aber immer ein bisschen schwierig mit dem Energieausweis. Damit man das Ganze vergleichen kann, habe ich hier eine Tabelle gemacht. Man sieht in der ersten Zeile den Wert vom Energieausweis. Dann drunter haben wir ein PHP gerechnet mit individuellen Einstellungen, um den vermutlichen Verbrauch tatsächlich mal herauszubekommen oder unseren Benchmark eigentlich. Und unten kann man sehen, den Verbrauch in den Jahren 18, 19, 20. und das ist nahezu deckungsgleich mit der PHP-Berechnung. 2020 sind die Werte etwas niedriger, das war ein besonders warmes Jahr. Als Fazit aus Architektensicht, man kann mit üblichen Handelsmitteln, also ganz einfach, ambitionierte Effizienzhausstandards erreichen. Die zweite Wohneinheit ist verfahrensfrei. Also in Baden-Württemberg braucht man, wenn man aus einem Einfabrikienhaus ein Zweifabrikienhaus macht, keine Baugenehmigung. Ansonsten war der Sanierungsstau noch sehr hilfreich, da es einfacher war, konsequent ran zu gehen, wo man keine Rücksicht nehmen musste auf irgendwie ein zehn Jahre altes Fenster, mittelmäßiges Fenster, das auch noch falsch eingebaut ist und aber doch zu schade ist, um es wegzuwerfen. Die Bewohner, die erfreuen sich an ihrer neuen Umgebung, es ist deutlich komfortabler geworden, überrascht waren sie, dass ihre alten Höbeln so gut noch reinpassen. In Hitzeperioden ist es angenehm, dass die Stromrechnung deutlich niedriger ist, das versteht sich von selbst. Zu den Baukosten, hier jetzt umgerechnet auf das erste Quartal 2021, 326.000 Euro und die Eigenleistungen, also die sind geschätzt, betragen etwa 30.000 Euro. Als nächstes Beispiel, genau das Gegenteil, das Stadthaus Beck, das ist in Waldkirch, bei Freiburg, teilweise steht das Gebäude unter Denkmalschutz, ziemlich eingebaut, war eine schwierige Baustelle, also man muss da ums Eck laufen, durch das Nachbarhaus durch, dann in das Treppenhaus des nächsten Nachbarhauses und dann kann man endlich ins eigene Treppenhaus rein. Das Gebäude wurde Ende der 90er schon mal saniert, da war auch schon eine Innendämmung auf der Straßenseite, im rückwärtigen Raum, wo man machen konnte, was man wollte, mehr oder weniger, war eigentlich alles schon neu. Unsere Aufgabe war, den Grundriss neu zu gestalten, zu überarbeiten und eine angenehme Wohnatmosphäre für die neue junge Familie da zu gestalten. Wir haben also an der Hülle nur kleinere Optimierungen vorgenommen, wir haben mal Glasbausteine ausgetauscht, solche Dinge, also nichts Bewegendes. Das Haus wird auch mit Gas beheizt, das ist auch weiterhin so, da war aufgrund der Gemähenlage einfach nicht dran zu rütteln. Was wir getan haben ist, wir haben mit unserem neuen Grundriss, haben wir in der Mitte eine vertikale Isolationszone ausgebildet, sodass wir einfach eine Lüftungsanlage mit Werberückgewinnung realisieren konnten. Wir haben eine Flächenheizung eingebaut, also sprich reine Komfortmerkmale eigentlich, an Energieeffizienz hat zumindest mit Bauherrenzeiten niemand gedacht. Wir konnten die Dinge, also das ist der Verteiler hier und der sitzt jetzt da hinten, schön integrieren, das Ganze fällt nicht auf. Mit dem Ergebnis sind alle zufrieden, die Leute fühlen sich wohl und was für uns wichtig war, dass das Gebäude jetzt EE-fit ist, wenn wir schon nicht viel bewegen konnten, aber das Gebäude lässt sich jetzt mit niedrigen Vorlauftemperaturen beheizen. Im Augenblick noch nicht so wichtig, aber wenn in ein paar Jahren sich die Situation anders darstellt, das Gas vielleicht rauskommt, dann wird es möglich sein, das Ganze auch mit einer Wärmepumpe zu beheizen. Das letzte Projekt, wieder Jahrgang 73, ein Fertighaus mit einem Sockelgeschoss am Hang, Sockelgeschoss massiv, aus Beton überwiegend, beheizt mit Öl, das Haus noch im Originalzustand, das war auch wirklich ernst zu nehmen mit dem Originalzustand, der Bauherr hat das Gebäude von seinem Vater geerbt und wollte es jetzt auch nutzen, wollte außen den Charakter erhalten, hatte aber etwas modernere Wohnvorstellungen im Innenraum. Das Gebäude sah auch tatsächlich, also das war wie in einer Zeitreise, war alles extrem gepflegt, sah alles aus wie neu, nur eben 50 Jahre alt. Das ist mir gar nicht klar, wie das funktioniert hat, aber irgendwie ging es. Was wir getan haben, wir haben ein paar Wände rausgenommen, wir haben den Eingangsbereich neu gestaltet, wir haben das Ganze altersgerecht ausgeführt, ein neues Bad eingebaut, auch hier gab es eine Logia, die nie benutzt worden ist, haben wir wieder den Wohnraum zugeschlagen. Im Untergeschoss, das eben überwiegend im Berg drin steckt, da haben wir die Einliegerwohnung, die schon da war, erneuert, eigentlich warm eingepackt und dazu riesen Heizkörper aus der Garage ausgebaut oder wir haben den Sternstein abgebaut, damit wir eine Installationszone hatten, solche Dinge eben ergänzend noch. So sieht das Haus jetzt heute aus. Das Technikkonzept, wieder das Standard-Kochrezept, Wärmepumpe, Flächenheizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, wir haben das Dach auch neu gemacht, haben bei der Gelegenheit auch eine Photovoltaikanlage installiert, ein Batteriespeicher kam rein, in Silber mit Stern vom Arbeitgeber des Bauherrn und das Ganze wird dann durch ein smartes Energiemanagementsystem gesteuert, der Bauherr findet besonders daran gefallen. In der Umsetzung haben wir zunächst den Bestand untersucht, da habe ich dann ein bisschen Bauchweh bekommen, ich habe kurz gegoogelt, da kam mir dann auch gleich Schadstoffe Fertighäuser entgegen, wir haben dann einen Schadstoffgutachter hinzugezogen, der kannte sich sehr gut damit aus, hat mir erzählt, er hat sein Elternhaus saniert, ist in genau so einem Haus aufgewachsen, der ist auch überall an die richtigen Ecken rangegangen, gleich den Teppichboden weg, da der Kleber und so weiter, dann gab es noch irgendwelche Messdosen über ein paar Wochen, aber am Ende hatten wir dann grünes Licht. Hier sieht man die geöffnete Wand von außen, also man schaut jetzt gegen die innere Spanplatte, dann war innen noch eine Spanplatte, eine Luftschicht mit Humenbahn und so eine Putzträgerplatte, bei unserer Sauerkrautplatte genannt. Was haben wir gemacht? Wir haben die vorhandene Wand zurückgebaut, bis auf die Ständerebene von außen, damit wir sie Ihnen weitestgehend belassen konnten, haben den Raum teilweise als tragende Installationsebene benutzt, haben außen wieder die luftdichte Ebene ausgebildet, Stegträger aufgebaut, eine Holzweichfaserplatte als Putzträger verwendet, und die Hohlräume ausgeblasen. In dem Schnitt, wo man auch die Jalousie sieht, da kann man erkennen, also das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut, es ist die oberste Geschossdecke gedämmt und da haben wir uns auch eine Installationsebene geschaffen, damit wir die Lüftung verteilen konnten und durch die Decke sozusagen direkt die Frischluft einblasen konnten. Dadurch konnten wir auch die vorhandene Decke weitestgehend erhalten. Hier sieht man die zurückgebaute Wand, auf dem seitlichen Bild, da hängt noch die ganze Pappe dran, so ist es dann, der Teil ist neu, da waren mal Glasbausteine drin, da haben wir teilweise eine Früstung reingezogen. Und hier nochmal zum Verdeutlichen des Aufbaus, also wir sehen die Wand zurückgebaut, die alten Fenster, die alten Rollladenkästen, auf dem Bild in der Mitte, grün, das ist die Luftdichtfolie, der Zimmermann bringt gerade die Stegträger an, dann links die OSB-Platten, das sind die Zargen für unsere neuen Fenster, die OSB-Platten sind angeschlossen an unsere Luftdichtbahn und hier in der Mitte, das ist das neue Fenster und wenn man die Lage vergleicht, man sieht das neue Fenster und links daneben das alte Fenster, dass das neue Fenster eben deutlich weiter außen in der Dämmene liegt. Auf dem Bild rechts sieht man, da wird gerade die Zellulose eingeblasen und über dem Fenster ist so eine Fehlstelle. Da kommt dann später der Jalousiekasten aus dem Stoff rein. Jetzt sind wir im Dachgeschoss quasi, man sieht die Zuluft, die Wickelfalzrohre, die Luft kommt da hoch in die Luftverteiler, die Öffnung ist früher mal vom Sternstein gewesen, wir führen das Ganze im Boden, durch die Decke geht es nach unten, um die Luftverteiler haben wir eine Art Wartungsboxen haben wir gebaut, aus Holz einfach, weil die ja höher sind als die Dämmebene, man kann hier sehen, dass die Rohre dann verschwinden in der Dämmung, das ist die neue Luftdichtfolie, der Aufbau ist ähnlich wie ein uns gewöhnlicher Fußbodenaufbau. Hier dann der nächste Schritt, die grüne Folie, die Luftdichtbahn ist fertig, ist die gleiche Bahn wie an der Fassade, die Holzkisten sind angeschlossen, innen haben wir sie mit Dämmung ausgestopft und das ist dann der fertige oder fast fertige Zustand. Man sieht jetzt hier, die Bodentreppe ist noch nicht montiert, das grün ist die Luftdichtbahn, oben drüber sind noch 14 cm PU-Dämmung und oben eine USB-Platte obendrauf, da das Ganze wieder als Lagerfläche genutzt werden sollte. Das ist das fertige Gebäude, immer von der Seite fotografiert, weil sonst ist es überall grün und man kann kein Foto machen, das ist ein bisschen schade, weil hier der Napoleonhut immer. Von innen, also die 70er, die sind jetzt ausgezogen, das ist jetzt ein modernes, zeitgemäßes Wohnen, zu den Kosten vielleicht, wir haben Baukosten wiederum umgerechnet auf das erste Quartal 2021 von 362.000 Euro, Eigenleistungen gab es keine und 52.000 Euro haben wir über das KfW-Programm Altersgerechte Wohnung abgerechnet, womit ich dann soweit wäre. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schuler. Ich bin total fasziniert, 45 Folien in 25 Minuten in aller Ruhe vorgetragen, das geht, und es war auch noch super spannend, klar, viele Bilder, dann geht es immer gut und wir haben drei sehr interessante Projekte gesehen. Es gab ein paar Fragen, auf die würde ich eingehen, am besten hat mir persönlich ja der Satz gefallen, Vorhang auf, Wartung machen. Jetzt gab es natürlich die Rückfrage dazu vom Herrn Lehmann mit Recht, wie ist denn das mit dem Schall von der Wärmepumpe, hört man die dann arg? Ne, ist überhaupt kein Problem. Also die Wand vom Treppenhaus, die ist auch eine vorhandene Wand, aber die ist sehr gut, wir haben das Ganze unter Platten drunter gestellt, es gibt kein Schallproblem, wobei man sagen muss, die Maschine ist auch relativ leise, also im Treppenhaus kann man sie hören, das ist klar, aber macht ja nichts, da will man ja auch nicht übernachten im Treppenhaus und in den Mohn-Einheiten nichts, null. Wir hatten da das Problem, weil da ist eine Garage hinten dran noch, nach außen mit der Wärmepumpe, da war es erst ziemlich laut, da hatten wir schon Angst, dass es Ärger gibt mit der Nachbarschaft, aber dann haben wir da, deswegen gibt es mal das Bild mit dem ein bisschen Gewurschtel, einen entsprechenden Schalldämpfer angebracht und dann war auch gut. Okay, aber da geht es dann auch eher um die Außen-Einheiten. Ja, ja, also wie gesagt, das Problem war mal zwischendrin außen, drinnen nie. Drinnen nie. Drinnen nie. Weil, also ich kenne das von meiner Wärmepumpe zu Hause, die läuft schon immer ein bisschen mit so einem Rumpler an, wenn die dann so wumm anbrummt, aber wenn man dann das Treppenhaus ein bisschen abgesondert hat, dann geht das nicht. Das ist auch eine Inverter-Maschine, also die läuft so meistens so im Standgas. Alles klar. Gut. Wunderbar. Dann gab es eine kleine Debatte um EPS als Dämmstoff mal wieder. Also ich nehme das Thema einfach nochmal auf. Wir hatten es eigentlich auch schon behandelt auf dem Herbst, vor allem als eigenes Thema. Es ging um das Thema graue Energie. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Sie hatten schon ein bisschen was gesagt, sommerlicher Wärmeschutz. Für Sie okay mit EPS, oder was Sie? Überhaupt kein Thema. Also wunderbar. Also ich kenne den Bauherrn besonders gut. Wir vergleichen auch häufig, wie warm ist es denn? Ich selbst habe einen Passivhaus, also einen Holzbau, der ja komplett mit Zellulose gedämmt ist. Aber das klappt da einwandfrei. Hat natürlich auch mit den Fensterflächen. Hat mit vielem zu tun. Aber ist kein Problem. Auch im Dachgeschoss ist das kein Problem. Ja, ich finde es sehr pragmatisch, wie Sie da damit umgehen. Also man sieht ja, Sie haben was übrig für Naturmaterialien, naturbaustoffbasierte Materialien, haben aber auch keine Berührungspunkte letztendlich mit den synthetisch erzeugten Dämmstoffen. Also alle Dämmstoffe haben da ihre Berechtigung. Das kommt eben auf das Einsatzgebiet an. Wenn es möglich ist, nehme ich natürlich auch lieber Holzfaser und Zellulose, aber es kommt darauf an. Und wichtig ist, dass man überhaupt das Gebäude dämmt. Gut, wunderbar. Genau, also ich finde, bevor jemand anfängt, EPS zu verbieten, sollte man vorher bitte alle Ölheizungen verbieten. Das wäre sehr wichtig, weil wenige Monate Laufzeit von einer Ölheizung amortisiert sofort wieder die Entstehungs- oder beziehungsweise die Baustoffenergie, die im EPS drinsteckt. Soweit hänge ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich habe im Chat auch noch mal einen Link gepostet zur Studie vom EFOY, was Ökobilanzen von EPS betrifft. Da kann man das gegebenenfalls auch noch mal aus Sicht der Wissenschaft dann gerne nachlesen. Also ich kenne den Wert zwei Jahre, aber EPS ist dann eben noch das Beste, was man aus Erdöl machen kann. So, und man muss es nicht lieben, aber man sollte es auch nicht verteufeln. Gut, das war aus meiner Sicht das Aktuelle. Ich schaue noch mal schön nach, was sonst noch reinkam. Es kam noch eine Frage vom Herrn Miller. Wurde baufysikalisch geprüft, ohne Rückbau der alten Außenhaut eine Außendämmung anzubringen? Ich weiß jetzt nicht genau, welches ist. Wahrscheinlich das letzte Projekt, nehme ich an. Ja, also das haben wir uns überlegt. Genau, und das haben wir geprüft. Und darum ist es so, wie es ist. Also darum haben wir es zurückgebaut, weil es sonst problematisch gewesen wäre, einfach eine aufzubringen. Okay, also diese Prüfung ist richtig, von dem her gesehen auch die Nachfrage. Also da hat er den richtigen Riecher. Also das ist das Problem, oder da kommt es ursprünglich her. Hatte dann auch viele andere Vorteile im weiteren Fortlauf, aber das war das Erste. Das stand gleich vorne. Oder das Erste nach den Schadstoffen, sag ich jetzt mal. So, jetzt kam noch der Vorschlag vom Herrn Kaiser. Die Wärmepumpe ist im Schwarzwald nicht ratsam. Sie bauen im Schwarzwald. Es sei denn Erdwärmetauscher, was ist dann für eine Heizung sinnvoll? Fragezeichen. Ja, ich habe kein Problem mit der Wärmepumpe. Halte ich für sinnvoll. Und meine Bauherren im Schwarzwald auch. Aber es stimmt, dass es da manchmal Widerstände gibt und wenn man von Holz umgeben ist, ist das Holzheizen der allererste Gedanke. Das ist so, ja. Aber auch im Schwarzwald hat man keine Berührungspunkte, Probleme mehr mit Wärmepumpe. Ja, oder man opfert sich. Okay. Gut, ganz herzlichen Dank, Herr Schuler. Hervorragender Vortrag, schöne Projekte. Vielen Dank, machen Sie weiter. So, vielen Erfolg. Danke.